Wir sehen uns nicht mehr auf dem 4L-Stück jetzt. Die 8L-Stück sind in Japan, die in Japan, die in Japan wurden abgeschaltet. Und die Info-Situation auf einen 2L-Ukern abgeschaltet. So was, dass die Teilradio, die abgeschaltet werden, und weiter fallen können, auf der Ex-Ausverplatz, die aus dem 7L-Stück sind, die 7L-Stück sind. Wir sehen uns nicht mehr auf der Mittelfrequenz 803 MHz. Wir sehen uns nicht mehr auf dem 3L-Stück. Die 1L-Stück sind in Japan, die in Japan zu verhindern. Untertitelung des ZDF, 2020